Ich lerne Deutsch. Nummer 14.116 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Diese Idee wird mir großen Erfolg bringen. Aber noch darf niemand davon erfahren. Teamarbeit erfordert Kommunikationsfähigkeit und gegenseitiges Vertrauen. Teamarbeit erfordert Kommunikationsfähigkeit und gegenseitiges Vertrauen. Deine Ausrede war leicht zu durchschauen. Deine Ausrede war leicht zu durchschauen. Deine Ausrede war leicht zu durchschauen. Das Wort vielleicht wird verwendet, um Unsicherheit, Vermutungen oder die Möglichkeit von Ereignissen oder Zuständen auszudrücken. Der beste Platz, um den Sonnenuntergang zu beobachten, ist der Gipfel des Berges. Der beste Platz, um den Sonnenuntergang zu beobachten, ist der Gipfel des Berges. Ich beginne jeden Tag mit frischem Atem. Dann bin ich gleich besser gelaunt. Ich beginne jeden Tag mit frischem Atem. Die Fähigkeit, mit Stress umzugehen, ist entscheidend für die psychische Gesundheit. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.